Kannst du vielleicht nicht? Kannst du vielleicht... Greifst du vielleicht mal dieses blöde Ding? Ich finde das absolut schrecklich hier gerade. Ach komm. Ach bitte. Oh bitte. Das hätte locker gepasst. Alter. Hey! 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 Oops... Okay. Ach, fuck. Das war so nicht geplant. Das war knapp. Das war so nicht geplant. So, jetzt sind da bitte ein bisschen Geschwindigkeit auf. Moment, was? Ah. Ein Leben finde ich immer gut. Das war so nicht geplant. Was? Nice! Da waren diese Wände. Jetzt verstehe ich. Das war die Wände. Das ist absolut fatal, wenn man nichts sieht und mit dieser Geschwindigkeit sich bewegt. Nice. Wow. Ich glaube, ich bin nicht in full power. Du bist hier. So, es gibt mehr für dich, als einfach zu sehen. Was bist du? Was du sehen ist, was du kriegst. Ein Mann, der liebt adventure. Ich bin Sonic the Hedgehog. Ich verstehe. Aber du weißt, ich kann dich nicht leben. Deine Wendungen kommen zu Ende. Alles klar, Shadow. Zeit für mich, das zu Ende. Ich benutze deinen Chaos. Kontrolle! Ich benutze deinen Chaos. Kontrolle! Also Sonic verhält sich auf jeden Fall genauso. Ich benutze deinen Chaos. Kontrolle! Ich benutze deinen Chaos. Ich benutze deinen Chaos. Ich benutze deinen Chaos. Ich benutze deinen Chaos. Kontrolle! So. Wenn er sich inzwischen weiß. Man muss sich ein bisschen zurückfallen lassen. Na komm. Mach. Ich bin nicht fertig mit Sonic Win. Halt! 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 Genau. Er muss deine Fähigkeit machen. Und dann ist er verwundbar. Nein. Halt! 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 Nein! Ich bin der Ultimate. Nein! Ich bin der Ultimate. Wirklich, ich sah mich mit mir an. Ha 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 ha! Das ist mein Plan, um die Welt zu nehmen. Was? 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 Ich dachte, jetzt kommt noch irgendeine Sequenz. Aber das war wohl dann die Dark Story. Okay. Aber... Den Schluss mache ich dann die Tage. Ich... Es ist nämlich jetzt gerade Nachmitternacht. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Aber ich habe zwei Stunden und eine Dreiviertelstunde noch aufgenommen. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder da ist. Let's play Sonic Adventure 2. Let's play Sonic Adventure 2. Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Professor Gerald, the truth about 50 years ago Sonic Adventure 2, last episode Wishes are eternal